Guten Morgen und herzlich willkommen zur Online-Predigt der Freien Christengemeinde Euskirchen in der Kölner Straße 78. Mein Name ist Markus Pfitzer. In unserer Familie wird gerne gepuzzelt. Meine Frau und die Kinder sitzen oft stundenlang am Tisch und puzzeln gemeinsam. Das größte Puzzle, das sie zusammen fertiggestellt haben, hatte 9000 Teile. Für mich ist das eher nichts. Manchmal setze ich mich aber doch dazu. Zuerst schaue ich mir das fertige Bild an, damit ich weiß, wie das Puzzle am Ende aussehen soll. Und dann verschaffe ich mir einen Überblick über den Tisch. Die Kinder haben verschiedene Puzzleteile vorsortiert und Haufen gebildet. Dann nehme ich irgendeinen Teil, wo ich meine, dass die zwei zusammengehören. Und manchmal habe ich Glück und es passt direkt. Manchmal bin ich mir sicher, dass ich zwei Teile habe, die zusammengehören. Und dann probiere ich das aus, aber es passt nicht. Dann ist klar, das Teil gehört woanders hin. An eine andere Stelle im Puzzle. Vielleicht ganz in der Nähe, vielleicht aber doch ganz woanders. Es gibt Puzzle, die sind so groß, dass sie aus verschiedenen Einzelpuzzles bestehen. So gibt es Teilpuzzles, die in verschiedenen Arbeitsgruppen und Teams bearbeitet werden. Und jedes Team arbeitet an einem Teilpuzzle. Wenn alle Teams fertig sind, dann werden die Teile nur noch zusammengeschoben. Bis dahin hat jedes Team seine eigenen Puzzlestücke und jedes Team auch seine eigene Vorlage für dieses Teilbild. Ein Team kennt möglicherweise gar nicht das Teilbild eines anderen Teams. Braucht es auch gar nicht. Die meisten Menschen haben ein gewisses Bild von der Zukunft im Kopf. Manche meinen, es wird immer schlimmer. In 20 Jahren haben wir keine saubere Luft mehr. Manche sagen, es wird bestimmt besser werden. Es gibt neue Erfindungen. Man nimmt mehr Rücksicht auf die Natur. Und der Wohlstand wird steigen. Viele Bibelleser haben auch ein gewisses Bild von der Zukunft. Sie sagen, wenn ich sterbe, dann werde ich in der Ewigkeit bei Gott sein. Denn ich habe mein Leben Jesus gegeben und er hat mir Heilsgewissheit geschenkt. Im Himmel, so sagen sie, werde ich viele Geschwister wieder treffen. Die Juden leider nicht. Stimmt das eigentlich? Werden wir nachher noch einmal genauer ansehen. Die Juden nicht, denn sie haben ja Jesus nicht als Herrn angenommen. Viele Bibellese haben auch ein klares Bild von Jesus. Und das sieht oft so aus. Jesus ist auf die Erde gekommen. Er ist gestorben, auferstanden, in den Himmel aufgefahren. Und dort wartet er auf alle, die einmal sterben werden. Und die einen bekommen im Himmel einen Wohnungsschlüssel. Und die anderen werden auf ewig getrennt sein, was sie auch vorher schon auf dieser Erde waren. Die Bibel nennt das Hölle, getrennt sein von Gott. Dann gibt es aber manche Bibelstellen, die passen scheinbar nicht in dieses Bild der Zukunft rein. Es gibt prophetische Aussagen in der Bibel, die scheinen nicht in dieses Bild zu passen. Wie bei diesem Puzzle. Ja, da gibt es Bibelstellen, die passen nicht in die Zeit, wo Jesus auf der Erde war. Sie passen aber scheinbar auch nicht in die Zeit nach seiner Auferstehung. Also zum Beispiel in unsere Zeit. Und sie passen auch irgendwie nicht in die Zeit im Himmel. Ich möchte mal ein Beispiel geben aus der Bibel. Matthäus 16, Vers 27. Dort steht, denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Da ist ja komisch. Der Menschensohn, also Jesus, kommt. Als Jesus nun aber auf der Erde war, vor 2000 Jahren, da kam er nicht, um zu richten. Und er hat nicht gegeben, was die Menschen verdient haben. Und so passt dieser Vers nicht in das Bild, dass Menschen sagen, ich komme nach dem Tod zu ihm und dann richtet er mich. Und hier sehen wir in dem Vers, Jesus kommt zu uns. Diese Bibelstelle passt nicht in dieses Bild. Oder nehmen wir Jesaja 2, Vers 3. Viele Völker ziehen los und rufen einander zu. Kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seinen Weg zeigen und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Denn vom Berg Zion aus wird der Herr seine Weisungen geben. Dort in Jerusalem wird er der ganzen Welt seinen Willen verkünden. Gott selbst schlichte den Streit zwischen den Völkern, heißt es ja weiter. Und den vielen Nationen spricht er recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen um und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Eine tolle Vision von Jesaja, etwa 700 vor Christus ausgesprochen. Aber wo gehört diese Vision jetzt hin? Wir lesen von Herr in Jerusalem, also Jesus auf der Erde. Aber hat Jesus, als er vor 2000 Jahren auf der Erde war, Weisung in die ganze Welt gegeben? Hat er Streit zwischen Völkern geschlichtet? Sind in seiner Zeit Schwerter zu Pflugscharen geschmiedet worden und kein Krieg mehr? Wohl kaum. Irgendwie passt das nicht. Deswegen meinen manche, naja, diese Bibelstelle bezieht sich wahrscheinlich auf den Himmel. Weil da ist ja kein Krieg. Andererseits macht das aber auch wenig Sinn. Denn Streit zwischen den Völkern zu schlichten im Himmel, naja, das macht irgendwie auch nicht so viel Sinn. Und in unsere Zeit jetzt passt dieser Vers auch nicht. Denn es steht dort, niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Naja, davon kann heute nun wirklich keine Rede sein. Außerdem steht dort der Tempel in Jerusalem. Naja, aber der ist seit fast 2000 Jahren zerstört. Also auch diese zweite Bibelstelle passt irgendwie nicht in dieses Bild rein. Es ist wie bei diesem Puzzle das Gefühl, es muss noch ein anderes Bild geben, wo dieses Puzzlestück hinpasst. Oder das Puzzlestück, um es anders auszudrücken, ist im falschen Puzzleteam gelandet. Nehmen wir Offenbarung 20, Vers 6. Glücklich sind alle, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Denn sie sind Gottes Eigentum. Über sie hat der zweite Tod keine Macht. Als Priester von Gott und von Christus werden sie tausend Jahre mit Christus herrschen. Ja, was ist das denn? Erste Auferstehung kann ich vielleicht noch verstehen. Ich sterbe, komme in den Himmel. Die Auferstehung. Warum eigentlich die erste? Naja, lassen wir das mal. Aber dann, der zweite Tod hat keine Macht. Der zweite Tod? Ich bin im Himmel und dann sterbe ich vielleicht auch noch einmal? Das ist jetzt also schon die dritte Stelle, wo Prophetien in der Bibel nicht in dieses Bild passen. Ich lebe auf der Erde. Ich sterbe. Ich komme in den Himmel und bleibe für immer da. Passt nicht. Es muss anders sein. Es muss ein weiteres Bild geben. Die Bibel nennt dieses weitere Teilbild der Zukunft das tausendjährige Reich. Es ist nicht im Himmel. Es ist ein Zeitabschnitt auf der Erde. Und das Besondere ist, das Zentrum des Geschehens ist in Israel. Das heißt, die Nachkommen Jakobs spielen hier in diesem tausendjährigen Reich eine große Rolle. Aber nicht nur das Zentrum des Geschehens in Israel, sondern auch das Zentrum der Macht. Eine Weltregierung in Jerusalem. Das ist der Hammer. Gott selbst wird regieren in Jesus Christus. Das heißt, Jesus kommt ein zweites Mal und dann als König aller Könige, um tausend Jahre auf der Erde zu regieren. Und erst danach wird der Satan für immer gerichtet. Vorher in diesen tausend Jahren war er gebunden. Eingeschränkte Macht hatte er, um Menschen zu verführen. Und erst nach diesen tausend Jahren wird die Welt ganz vergehen. Und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Manche sagen, das ist Quatsch. Allein schon deswegen, weil in Jerusalem zurzeit kein Tempel ist. Die Palästinenser würden niemals zulassen, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Ich persönlich muss sagen, ich bin da sehr entspannt. Ich glaube, es wird irgendwie möglich sein. Vor 100 Jahren haben Leute gesagt, das ist Quatsch. Allein schon deswegen, weil die Juden gar nicht in Israel sind, sondern sie sind auf die ganze Welt zerstreut. Es gibt gar keinen Staat Israel. Aber irgendwie war es möglich, dass 1948 der Staat Israel gegründet worden ist. Fast 2000 Jahre nach der Zerstreuung der Juden. Man kann das ja unterschiedlich sehen. Aber ich persönlich halte die Gründung des Staates Israel 1948 für deutlich weniger wahrscheinlich, als dass auf absehbare Zeit ein neuer Tempel gebaut wird. Deswegen bin ich da sehr entspannt. Und ich glaube, es wird irgendwie möglich werden, dass der Tempel wieder aufgebaut wird. Und zwar mit Einverständnis der Palästinenser. Ich habe keine Ahnung wie. Aber wenn, dann wird es ein weiteres Zeichen sein, dass wir in der Endzeit sind. Und in dieses Bild von dem zweiten Kommen von Jesus passen auch plötzlich Bibelferse wie Jesaja 2, Vers 3. Viele Völker ziehen los, steht es dort, und rufen einander zu. Kommt, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israels. Dort wird er uns seinen Weg zeigen, und wir werden lernen, so zu leben, wie er es will. Denn vom Berg Zion aus wird der Herr seine Weisungen geben. Dort in Jerusalem wird er der ganzen Welt seinen Willen verkünden. Gott selbst schlichtet den Streit zwischen den Völkern und den vielen Nationen spricht er recht. Dann schmieden sie ihre Schwerter zu Pflugscharren um und ihre Speere zu Winzermessern. Kein Volk wird mehr das andere angreifen. Niemand lernt mehr, Krieg zu führen. Jesus zum zweiten Mal auf der Erde, da wird er Regent in Jerusalem sein. Jesus als Streitschlichter zwischen den Völkern, eine Zeit des Friedens. In Apostelgeschichte 1, Vers 9 folgende, nachdem Jesus nach der Auferstehung aufgefahren ist zum Himmel, lesen wir, Nachdem er Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn, und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen, aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn gerade habt gehen sehen. Jesus wird ein zweites Mal auf die Erde kommen. Alle werden ihn sehen. Besonders auch alle Juden, die zu diesem Zeitpunkt leben. Die Juden, die bisher Jesus als Messias abgelehnt hatten. Sie werden beim zweiten Mal, sagt die Bibel, Jesus als Sohn Gottes erkennen. Lukas 1, Vers 26 folgende, lesen wir, Gott schickte den Engel Gabriel nach Nazareth, einer Stadt in Galiläa. Dort sollte eine junge Frau namens Maria aufsuchen. Der Engel kam zu ihr und sagte, sei gegrüßt, Maria, der Herr ist mit dir. Maria aber erschrak über die Worte des Engels. Hab keine Angst, Maria, redete der Engel weiter. Gott hat dich zu etwas Besonderem auserwählt. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Jesus soll er heißen. Er wird mächtig sein und man wird ihn Sohn des Höchsten nennen. Gott, der Herr, wird ihm die Königsherrschaft seines Stammvaters David übergeben. Und er wird die Nachkommen von Jakob für immer regieren. Seine Herrschaft wird niemals enden. Beim ersten Kommen von Jesus vor 2000 Jahren war Jesus nicht mächtig. Das haben die Juden vermisst. Und er wurde auch nicht Sohn des Höchsten genannt, außer von wenigen vielleicht. Und er hat nicht die Königsherrschaft übernommen, was die Jünger so vermisst haben. Dass seine Herrschaft niemals endet, naja, das war auch nicht wirklich zu erkennen. Die Prophetie des Engels in Lukas 1 an Maria bezieht sich auf beide Kommen von Jesus. Erstens auf die Geburt vor 2000 Jahren. Aber auch schon auf das zweite Mal, wenn er als Herrscher in Jerusalem sein wird. Als König aller Könige und von allen als Sohn des Höchsten anerkannt werden wird. Auch von den Nachkommen von Jakob, wie wir hier lesen. Den Juden, auch sie werden Jesus als Herrscher anerkennen. Ich komme zum Ende. Vielleicht sagst du, wow, da möchte ich dabei sein. Dann habe ich eine gute Nachricht. Die Bibel sagt, ja, die Christen werden dabei sein. Lesen wir noch einmal mit diesem Blick Offenbarung 20 Vers 6. Glücklich sind alle, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Denn sie sind Gottes Eigentum, also wir Christen. Über sie hat der zweite Tod keine Macht. Als Priester von Gott und von Christus werden sie tausend Jahre mit Christus herrschen. Als Christen werden wir tausend Jahre auf der Erde mit Christus herrschen. Und in diesem Bild macht auch die Aussage mit dem zweiten Tod, der keine Macht über uns hat, Sinn. Der erste Tod ist, wenn ich aus diesem irdischen Leben abgeholt werde. Aber den zweiten Tod, den gibt es nicht für die, die Jesus nachfolgen. Denn nach dem tausendjährigen Reich werden sie direkt in den Himmel kommen, ohne diesen zweiten Tod. Vorher, vor dem tausendjährigen Reich, gibt es noch eine sehr üble Zeit. Die Bibel nennt sie die große Trübsal. Und davor kommt noch erst die Entrückung. Aber dazu mehr in den nächsten Wochen. Ich möchte mit uns beten. Gott, ich danke dir, dass du Hoffnung gibst, durch dein Wort, auch in schweren Zeiten. Danke, dass du gute Gedanken hast für deine Leute. Und so segne ich dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!